So, jetzt ist schon etwas Zeit vergangen. Dann wollen wir mal gucken, was unsere Batterie macht. Der Ventilator, der bläst noch schön. Zu warm ist es auch nicht. 14,9 Volt zeigt es schon. Das zeigt er. 13,1. Zwei Balken schon geladen. Das Gerät auch einmal anstöpseln. Wo ist er? Da ist er. Hier ist das Panel. Da kann man das auch sehen. Aber lassen wir noch ein bisschen weiter laden. Machen wir es noch mal wieder ein bisschen aus. So. 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 So.